Erstmal töt' ich den. In Würfel schneiden. Komm schon, du Sau. Wow. Ich treff den Typen noch nicht mal. Oh. Voll aufgespießt. Boah, Wahnsinn. Jetzt haben wir am wenigsten gerechnet. Na, das bringt nicht viel. Nimm mir die Shotgun. Hell yeah. Kurzen Prozess. Boah, das ist mein Lieblings-Take-Zone. Einfach in den Kopf. Oh ja. Oben. Ich fahre aber das Ding nach unten. Okay, beide Fenster müssen offen sein. Schwing nicht. Okay, einmal. Und die anderen Fenster. Komm her, Ruzau. Und die anderen Fenster. Oh. Der Wutgaunt. Fuck, bloß raus hier. Wie kann man sich dabei nichts brechen? Boah, jetzt geht es noch tiefer abwärts. Okay. Nochmal, nochmal, nochmal. Hallo? Hallo? Sam! Hallo! Sam! Hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nichts sehen. Sam? Sam! Ein Feuerritual. Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Verflucht, gute Idee. Aber erst kochen wir uns ein leckeres Süppchen. Nach dem Schock von gerade. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache. Und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie Dad. Es ist, als wären sie überresten. Ah, es ist doch flugteuer. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Hell ja. Noch mehr Schaden für eine übermäßig schadenvolle Schrotflinte. Ist da unten irgendwas Lustiges? Jo. Kommen wir da hin? Ha. Ja, da kommen wir hin. Wenden einfach gleich rüberjumpen. Sollte schon irgendwie funktionieren. Kommen wir sogar weiter hoch. Ach, ich kann gar nicht auf den Stein. Na, probieren wir es von hier. Toll, ich wollte aber eigentlich da runter. Okay. Okay, jetzt sind wir hier. Soweit hab ich aber nicht gedacht. Wir müssen irgendwie zurück. Wir können einfach ins Wasser. Null Problem. Manchmal denke ich, da ist nur eine riesige Strömung, die uns einfach wegzieht. Oh fuck, ich hätte da noch hoch. Gehen sollen. Mach mal direkt. Oh fuck, Idioten. Die dröhnen sich auch noch die Birne zu. Irgendwas Explosives da unten? Hey, da steht noch ein Idiot. Den können wir als erstes killen. Sollte null auffallen. Und tschüss. Tja, ich muss euer lustiges, kleines Gespräch leider beenden. Boah. Oh, das ist aber ein tolles Versteck. Hell yeah. Hat sich gelohnt, da hoch zu gehen. Okay. So kommen wir locker runter. Besuchen. Da haben wir mal eine Menge Zeug dabei. Genau, jetzt mal randalieren. Scheiß auf die Pötte. Auch keine Sau. Oh, die wollen nicht platzen. Aber die kicken mal runter. Haha. Da blinkt was. Da blinkt was. Meins. Meins. Shotgun-Time. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual. Das ist so krank. Hör zu. Ich komme und hole dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat da vorgelegt. Sam? Sam? Lass sie in Ruhe, ihr verdammte Schweine. Lass sie sofort in Ruhe. Komm, komm dir hin. Holy shit, Sam ist in Gefahr. Wir müssen schnell machen. Munition ist voll. Perfekt. Nichts Besonderes. Kann ich den vielleicht nicht hier ganz klassisch runterziehen? Wenn er der Kante ein bisschen näher kommen würde. Hey, Idee. Auslaufen, Mann, das Zeug ist Goldberg. Hey, das war Torte. Wow. Wunderbar. Und den Pussel mit der Shotgun um. Ach, der hat zwei Headshots. Alles klar. Das war verflucht geil. Ah, wo gehen wir weiter hin? Checken wir nochmal die Lage hier drüben. Irgendwer hat hier noch gerufen. Irgendwer ist hier auch noch am Leben. Oh, die kommen da hoch. Ha, ha, ha. Und wir gehen einfach hier weiter. Idioten. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Vielleicht mit einem Takedown von oben. Das wäre doch ziemlich episch. So aus der Luft schießen oder so. Na, ignorieren wir die beiden einfach. Dann wollen wir mal. Ob das so eine kluge Idee ist. Komm schon, komm schon, komm schon. Hoffentlich hält das. Wow, los geht die wilde Fahrt. Oh mein Gott, das liebe ich an dem Spiel. Wow. Ich liebe es. Okay, diesmal nicht da rein. Bam. Okay. Wow, Propeller, Propeller, Propeller. Okay. Oh shit, oh shit. Stopp den Fallschirm, der da hängt. Oh shit. Nein, fuck. Da muss noch einer sein. Oh. Okay, jetzt bloß keinen Baum berühren. Oh, so viel dazu. Hier sieht es relativ sicher aus. Der absolute Wahnsinn. Yeah. Ah! Oh! 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 Das ist der Tempel. Okay. Wir brauchen unbedingt erste Hilfe. Ich meine, Lara ist schon ziemlich oft irgendwo aufgeklatscht, aber das war ein bisschen zu heftig. Boah, noch tiefer. So knapp. Okay, der Rettungshubschrauber. Oh, der Gestank.